Freunde nach dem Video ist vor dem Video wir machen heute einen leckeren Chicken oder Hähnchen jetzt muss ich wieder überlegen das war so nicht geplant einen Hähnchen Pommes Auflauf mein erstes Intro stampfe ich in die Tonne weil das ist so lecker geworden kein Fun Video hier geil lecker richtig richtig geiles Reste essen bleibt dran schaut euch das an total einfach zu machen mit Reste Hähnchen ein paar Pommes bisschen Käse bisschen Ketchup fertig ist das Essen also auf geht's hier bleibt man gleich in der kleinen aber feinen Küche und genau hier unten geht es für euch jetzt weiter alles was wir für den Hähnchen Pommes Auflauf brauchen haben wir jetzt schon hier die Pommes sind noch schön warm gerade frisch aus dem Ofen geholt ja eigentlich schon fertig aber ja es soll ja ein Hähnchen Pommes Auflauf werden ganz einfach tun wir jetzt ein bisschen Ketchup drüber dann ist das ganze nämlich hinterher nicht ganz so trocken weil wir erinnern uns ans letzte Video das ist das Hähnchen und das tun wir jetzt schön drüber rupfen noch etwas kleiner rupfen ich habe es bloß eben so noch runter gerupft gehabt bisschen Haut ist auch noch dabei also das war alles was von meinen Hähnchen übrig geblieben ist so naja gut das ist eigentlich klein genug so ich gebe bloß schnell Hände spülen tja und last but not least ich glaube das war das vorletzte Video noch den restlichen Käse den tun wir jetzt hier auch schön drüber rubbeln so und zum Schutz meiner Fingerchen meiner zarten meine Arbeiterbranken tue ich jetzt den letzten einfach noch so ein bisschen wieder zerbröseln und einfach auch noch drauf schmeißen und fertig so 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 und das ganze schmeißen wir jetzt nochmal im Backofen der Backofen steht noch irgendwas auf 180 200 Grad weg sind Pommes da schmeiße ich das jetzt kurz rein und tue es noch überbacken nach ein paar Minütchen hole ich mein Essen raus ich hoffe natürlich dass jetzt das Hähnchen auch warm ist so tada fertig ist mein Hähnchen Pommes Auflauf und was gibt's schöneres als sein fertiges Essen zum probieren ich sage mal Aua guten Appetit aber in Hals und yeah Leute ich sage es euch wir haben es jetzt 20 vor 9 harter Arbeitstag ich habe nach der Arbeit gar keinen Hunger gehabt ich habe jetzt wirklich warten müssen bis ich Hunger habe aber mh 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 mhm mh ich muss jetzt ein neues intro machen im ersten intro hatte ich gesagt dass ich ein fun video mache aber das zeug schmeckt so geil in der kombo das ist kein fun video das ist richtig richtig geil aber war ein kurzes video ich hoffe es hat trotzdem spaß gemacht und ich muss essen geil also noch mit dem ketchup da unten drunter der jetzt natürlich auch schön warm geworden ist käse überbackenes hähnchen brutal geil aber leute ich sag's euch ich muss essen mein intro noch machen leute wir sehen uns tschaukowski däumchen nach oben nettes kommen da aber ich würde mich freuen also dann wir sehen uns tschau tschau